Das GAMING LIGHT NEXT! Wir sind hier in Autopsy Simulator und müssen das Wort gleich untersuchen. Da kann man auch ein bisschen Backseat Gaming machen, beziehungsweise nicht gleich alles rauspoilern. Keine Ahnung, ich starte jetzt zum ersten Mal. No Ahnung, was da so abgeht, was da so passiert. Ins Gemüse, sehr gut. Gefechteln oder nur bauen. This is the question. Wir haben noch gar nicht geschaut. Prolog. So schon leise. So, I hope it's better now. Zwei Masten und dann abwarten und dann wieder fahren. Oder lass sie die stehen und bewachen. Okay. Okay. Ich bin jetzt nicht der beste Freund, um zu record ein Lecture für meine Studenten. Ich fühle mich komplett verletzt. Schau und bat nach deinen Tabletten. Ja, also wir sind hier mal in... Da, meine Tabletten. Okay. Steve, wer ist Steven? Wo wäre ich noch denn? Hi. This is Kate Brooks, a reporter for the New Orleans Weekly. New Orleans. Abbauung, glaube ich, keiner. Alter, was ist ja bodenlos. Okay. Und wir haben einen Zettel? I couldn't find you right home. Ja, richtig bin ich auch da. Alle, der schreibt mir, kann mich zu Hause nicht finden. Hm. Legt mir den Zettel... Oder... Sie legt mir den Zettel in... Das Büro und sagt, sie kann mich zu Hause nicht finden. Okay. I hope to find you at home or at the office. Okay. 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 Urinprobe? Okay. Ah. Okay. Ja, ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich meine, wenn du um... 33 Tagwache hast, dann... Bodenlos. Aber danke, dass du vorbeigeschaut hast. Warum sieht hier das Licht jetzt aus? Achso, weil wir es abgedreht haben. Gründiger... Okay. Also wir müssen hier mal... Machen wir uns mal die Tüli kurschen. Bart. Bart. Oh. Ist das ein Lichtschalter oder so? Ne. Oh. Okay. Alles, was so geheilertet ist, brauchen wir wohl. Ja. Auf. Tschüss drauf. Gute Nacht. Schlafgutsohle, Mann. So. Wir wollen uns jetzt mal legen welche Tabletten rein... geschweißt. Okay. Kamera aus dem Lagerraum. Ah, da schrotz. Storage. Lager. Ja. Ja. Du bist anscheinend nicht ganz dicht. Ohne Worte. Ohne Worte. Ich muss das noch auf Stativ stellen. Und nicht wundern, es ist kein Nacketall-Zensurfilter drauf. Deswegen aber 18. Video. VHS. Wer kennt noch VHS? Jetzt müssen wir alles in der Aufmerksamkeit. Das sollte gut sein. November 20, 1991. Zeit, 8.43 Uhr. Rekordung für Medikamente aus der Universität Missouri. Diese Autopse ist durch Jack Handmann. Hallo, alle. Willkommen in der Autopse. Heute werden Sie das wunderschönes Gefühl von einem vollen Autopse. Kläre denn Studierend, was in diesem Beruf wichtig ist? Sie tragen immer einen Arm, Maske und Blöden. Gaggeln sind ein Muss, wenn der Job splaschig ist. Und im Fall von scharren Anzidenzen, ist es wert, dass Sie die Hand anhand desinfektoren haben. Es ist wahr, dass Sie nicht sofort die Ptomain-Poesung bekommen. Aber wenn Ihr Leber oder Kidney nicht gut geht, Sie können mit Diarhäuser enden. Der Kadaver ist auf der Autopse. Das ist wichtig. Also Schutzkleidung. Äh. Das ist wichtig. Dass man alles beisammen hat. Tisch, Wagen, Werkzeug etc. Alles aufschreiben, dokumentieren. Und auf alles achten. Okay. Selbstgespräche. Sehr wichtig. Ach, das haben wir doch schon. So. Seht Ihr die Informationen auf der Polizeiakte an. Oh mein Gott, du hast doch recht. Besser. Da erkennt man auch ein bisschen mehr. So. Polizeiakte. Wo ist die Polizeiakte? Okay. Faxgerät. Wer kennt noch ein Faxgerät? So ein paar Jahre hat sogar in Wien das, ähm, das bin aber nicht ich, oder? Geiler Hut. Gut. Ähm. Wusste man dort, ähm, teilweise mit Faxgerät noch, das ist sogar nicht so lange her. Entweder Post oder Faxgerät oder sowas, musste man da hinschreiben. So. Die Polizei, ah, da liegt sie eh. So. Police Evidence File. Tobias Chambers. Tobias Chambers. So. 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 Er war auf der Outschritte von einem Parking-Lot in einer Gasstation, wo er oft begrenzt und persistently offerte Fahrzeugen, um ihre Fahrzeuge zu spüren. Der Körper wurde bemerkt von einem Station-Employee während der Frühstück. Inizialmente, er dachte, dass jemand ein paar Boots und ein Coat in der Nähe des Dich. Es gab einen Moment, um die Pile der Kleine zu erkennen, als der Körper eines Mann. Er hat die ganze Zeit in der Lokal-Port gearbeitet. Er wurde verabschiedet, um ihn zu verabschieden. Er wurde verabschiedet, um ihn zu verabschieden und zu starten. Er ist ein Fahrzeug zu verabschieden. Er hat seine Frau, seine Frau zu verabschieden. Er hat ihn seit Jahrzehnten. Er hatte beide keinen Kontakt mit dem Geist. Er wurde verabschiedet. Signs von libation gefunden haben, um den Körper zu verabschieden. Empte Botteln, Tracen von einem inept attempten zu starten ein Feuer, und ein blanke Mäkschiffen. Okay. Das ist es. Es ist wert, um die Kontext zu verabschieden, zu verabschieden. Suche Schutzhandschuhe zu anziehen. Also, ja. So. Fotos. Wahrscheinlich da drin. Polaroid, Leute. Polaroid ist super. Polaroid. So. 棄 Gelächter. Now we move on. Voila. Oh. I think I'll buy this photo. Okay. Okay. Okay, klingt mir hier irgendwelche Spuren. Ah. So, dann haben wir hier. Das ist doch schon ekelhaft, oder? Okay, so kleine Schuhe. Alter, schaut euch doch mal diese Füße an, Tigger. Hm. Ach, die Hände. Ja, vielleicht hat er die Wohnung verloren. Also jetzt war meine Idee. Er hat die Wohnung verloren und durch Frust Alkohol und im Wald wollte sich irgendwie wärmen. Und das war's einfach. Und dann wird er umgefallen sein und... Ah, das ist vielleicht so eine Idee, aber... Keine Ahnung. So, Fotos. Haben wir gemacht. Kopf, Fuß, alte Wunden am Bauch. General Hand. So, haben wir gemacht. Obduktion. Jetzt wird's spannend. Irgendwas zum Aufschneiden. Ich hab wohl vergessen, um uns zu reinigen. Oh, nö. Kann man dieser Lade wieder irgendwie... Nein, kann man nicht. Jo. Das ist doch eben irgendwie gehighlighted gewesen. Also, Tobias Chambers, 62, mählich, weiß, 76 Kilo, 1,75 Kilo. So, enough of the boring prep. Let's begin by taking a closer look at the spots I photographed earlier. For this, you're going to need a magnifying glass. Ein Looper. Looper. We spot first. It looks like a burnt mark. No doubt painful, but it's not pertinent for this case. Okay. Über diesen Grindfuss. Ja, der wird alles. Ja. Ich sag was. Ist, glaub ich... Ja, aber das haben wir ja schon festgestellt. Zu kleiner. Hier können wir Frostbite an den Fingertippen sehen. Wir können den Charakteristischen Hautfarbe sehen. Echemosen, was auch immer das ist. Echemosen, was auch immer das ist. An der Puppe am Klemmbrett. Puppe? Klemmbrett? What? Wo ist da eine Puppe? Markiere die zuvor gefundenen Wunden an der Puppe auf dem Klemmbrett. Hervorragend. 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 Ich glaub doch, die Donuts liegen da so grob. Hm. Da vielleicht. Ist das überhaupt hier? Ist das woanders? Mal schauen. Welche Masse? Gibt das da irgendwo rum? Hm. Schmudelhefte. Schmudelhefte. Das triggert mich wohl, dass diese Lade da oben ist. Siehst du, ich muss kurz was schauen. Furchtes Verjässe. Sehr gut, passt das. Ich find hier kein Klemmbrät. Oder gibt's hier mehrere Seiten? Das geht's doch nicht, Leute. Schmudelhefte. Ach, da. Shift. Okay. Alter. Da, da, da und da. Ach Gott, das ist da drin. Markiere und betrachte jede Wunde aus dem Abschnitt Spuren und Wunden. Sturz. Sturz. Ich glaube, es wird Unfall. Der war einfach kalt draußen, weil der alles verloren hat, weil der war ja gedingsbumst. So. Okay. Ich lege das Klemmbrät ab und fahre mit der Obduktion fort. Führe die Rigor Mortis untersuchen durch. Was ist das? Abschneiden oder was? Und jetzt? Oh. Was? Was macht wir da jetzt? Jetzt lasst es gehen. Wie ihr seht, die Hand fällt los. Was ist die Konflüsse? Die Todeskirche haben vor mehr als 72 Stunden gelesen. Die Polizeiinformation ist korrekt. Okay. Wähle die Schädel, siehe und öffne. Jetzt wird's spannend. Säge. Säge. Also wenn es schlichte Nerven hat, bin ich gespannt. Malzeit. Lecker, lecker. So. Gründlich. Was ist das? Okay. Verlassene Leichner. Okay. Puh, wo haben wir das Hirn jetzt hingeschmissen? Ach, da drüben liegt's. So, Freunde. Lange, schmale Klinge. Der hat dominanten Hand. Seid ihr links oder rechts in der Chat? Und jetzt? Ah, okay. Dann müssen wir uns da drin bewegen. Okay, Entschuldigung, jetzt haben wir dir das Hirn rausgenommen. Für nichts. Schmark. Granatapfel, oder? Das erinnert mich so ein bisschen an Eis-Zombie. So, zurück zur Abduktion. So, die Gehirnwindungen in beiden Gehirnäften sind symmetrisch mit deutlichen Furchen. Also, schaut gut aus. Umsonst zersägt. Schließe Sturz als mögliche Todesursache aus. Okay, also Sturz war's mal keiner. So, Skype, hey, ja, wir schneiden weiter. Um den Bauchnabel rum und nicht die Erben schneiden. Mit der freien Hand die Hautlappen zurück. Äh. Okay. Mahlzeit. Okay. Oh, eine Astschere. Was? Was zur Hölle? Eine Astschere. Und jetzt? Okay, das war einfach. So, mit einer Lungenanalyse. Alice hat geraucht, was? Okay, also es war kein Mord. Ja, 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 advanced information. Okay. Farbe schwarz. Lunge mit der ausgedehnten schwarz-grauen Ableibung. Sichtbare entzündliche Veränderung und übermäßige Aufbläherung des Lungengewebes verursacht durch Rauch und von Zigaretten. Okay. Okay. Okay, bitte die Spritze. Kann man das auch rausnehmen? Ah, nee. Spritze. Okay. Und Eierstöcke. Nein, Blase. Naja. Ach gut. So, 110 Trifuge. Also, zuerst mal. Oh. Voller Flick. Ich wollte nicht wissen, was er macht. So. 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 Und woher weiß ich die Geschwindigkeit? Minuten, keine Ahnung. Wie viele Minuten, Chat? Also nett. Ah, ja. 10 Minuten. Ah. Okay. Wird wahrscheinlich da stehen. So. 15 Minuten. Ah, okay. 15 Minuten. 77%. Das ist aber hoffentlich jetzt nicht in Echtzeit. Na, ist nicht in Echtzeit. Was? Ich muss jetzt Sicherung reparieren, oder was? Okay. Okay. Mal sehen, was wir hier haben. Alles ist verabschiedet, wie es sollte. Unser Labor ist geschlossen, bis morgen, nach dem letzten, äh, Incedent. Aber, als ob es, dass Tobias favoritete Eau de Parfum erscheint, dass es Ethanol ist, ich glaube, dass die Resultate mir überhaupt nicht erinnern werden. Oh, well. Jetzt. So. Haben wir jetzt rausgenommen. Blab, blab, blab. Bist ein Tintenfisch. Blab, blab, blab. Oh, jo. Ich bin ein kleiner Atentenfisch. Blab, 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 blab. Ohne Witz. Ich bin ein kleiner Atentenfisch, oder, Leute? Also. Hallo. Ich bin ein kleiner Atentenfisch. Hallo. Mir geht es euch, Freunde. Allt ja, ne. Da. Ich bin ein Elefantenschweinetintenfisch. Der Elefantenschweinetintenfisch ist ein sehr posierliches Tierchen. Hm. Ach Gott. Der Elefantentintenfisch. Naja. Ähm. Jetzt haben wir den. So. Was? Der Truncus pulmonalis und die Aorta sind intakt. Nö. Sie sind intakt. Keine pathologische Veränderung. Prrr. Okay. 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 Now, let's take a closer look at the stomach. Size is normal. Healthy. Pick color. And as expected. Die Dinger schauen aus wie so ein Teppich. Meine Herren. So. Weiter untersucht, wer forderlich ist. Ich bin nicht schuldig. Oh. Schnibbeli, schnibbeli, schnibbeli. Heute gibt es Ogres Heimer, Saumagen. Der Helmut Kohl immer gegessen, angeblich. Schwupp. Oh je. Was ein Gefregel. Höh. Ich bin nicht schnibbeli, 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 schnibbeli. So. Either our deceased hadn't eaten in days, or the bulk of his stomach had already found a way out. Looks like I'll have to find the missing contents. So. Große Mengen Gas, Flüssigkeit und Reste von unverdauter Nahrung gefunden. Ah, ich muss ja noch was. Jetzt vergesse ich das noch. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. 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 Äh, äh. Stuhl. Lassen wir ihn jetzt einfach mal laufen. So. Was sollen wir denn jetzt machen? So, der Wagen hat dort eine unterbrochene Verdauung mit Erbrechen? Luftröhrenanalyse. Der Eiffelturm. Hallo! Ich bin der kleiner Winnie! Das wäre wahrscheinlich wieder zerschnippeln müssen, oder? Oh, auf die Mithaltung. So. Okay. 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 Er verstickt. Der Verstorben ist wahrscheinlich eingeschlafen oder in Ohnmacht gefallen, nachdem er eine größere Menge Alkohol getrunken hatte. Seine Konzentration unterdrückte die Signale im Gehirn, die den Würgeflex steuern, was zum ersticken kann. Allerweigen, Erbrochenen! Bäh! Er ist ein Unfall, oder? Okay. Das wird schon so, stimmt das. Fast schon so. Tolle Unterschrift. Für das müssen wir den Körper schließen und den Knopf nehmen. Erstens. Zunähen. Auch noch. Der Knopf? Und jetzt? Ja. Nadel? Achso. Wir müssen den jetzt zusammenklappen. Den Dude. So. Nadel? Ich benutze die Baseball-Stitch-Technik. Dieser Knopf ist sehr stark und schnell zu tun. Einfach zutackern, den Typen. Oh, ein kleiner kleines Intim-Piercing. Verlasse den Leichnam. Jetzt sagen wir Glückwunsch zu den Gehirn und setzen sie sicher in den Brot. Bereit für die nächste Stufe ihrer Reise. Okay. Und? Tschuck. Bitte schön. Ja, aber müssen wir da nicht vorher abdrehen. Ich meine, das rennt ja jetzt durch. Wir haben den ersten Pfeil gelöst, Freunde. Wir haben den ersten Pfeil gelöst, Freunde. Ich sage es nicht nur mitmacht. Viele werden das mitmacht. Nächster Pfeil. Ein Skelett. Wo hat das jetzt geknackert? Ok Wo das Video jetzt fertig ist Ok Was haben wir das jetzt wahr? Nichts genaues weiß man Vielleicht einfach nur das Ende oder so dazwischen Okay wir haben Flüße Jetzt müssen wir wieder unsere Tabletten im Schlafzimmer nehmen Habe ich den Deitchi wieder gemacht Outstream drüben bei der Missy Grüße, Grüße, Grüße Wir machen heute Autopsiesimulator Das heißt wir zerschneiden Leichen Spaßig, spaßig, wie geht es euch? Ich hoffe ihr hattet einen angenehmen Stream drüben Ich habe ja von, bevor ich hier angefangen habe, auch angefangen Mal kurz rein zu lurgern Und ich hatte das Gefühl, Missy hat das Spiel schon mal gespielt So rein vom Gefühl, ja weil irgendwie, ich weiß nicht, da stand die Antwort und Bom, nichts schon vorgelesen Wie weit habt ihr gespielt oder hast du gespielt? Wir haben jetzt den Prolog mal gemacht Wir haben ein Schweine-Elefanten-Tint-Fischherz gehabt Im Clip ist das drin Schaut sehr komisch aus Und der Erste ist an seinem eigenen Erbrochenen gestorben Das will man haben So, jetzt schauen wir mal, was wir jetzt da haben Also das ist jetzt Captain One Und bei uns zu Hause schaut es Ja, sie ist halt zu Hause auch Kinderzimmer-Style irgendwie Kann mir nicht helfen Also Jo Wir haben hier irgendwelche Kisten Mit irgendwelchen Sachen drin Okay Ehring Will you marry Ist aber eigentlich eine Also riskant, aber coole Idee Ja, das Hauptspiel Kenne ich Die DLCs Und durch Das Durch Next-Gen-Updates Neu dazu Kanntest du nicht Okay Es ist halt auch schon älter Aber trotzdem cool Diese ganze Fallout-Reihe Will you marry me In einem Becher Das heißt, das ist sein Sein Leben da drin Okay Ich will jetzt gar nicht so viel Über den Typen Also über mich kennenlernen Eigentlich Also Weiß nicht Nein, bin verheiratet Ach, schade Schade Ich auch Alle werden da Große Probleme Okay Achso, ja Ich muss ja erstmal eine Tablette nehmen Also der Typ Also wir Ballern uns davor immer irgendwie Tabletten rein Das heißt, wir müssen jetzt ins Badezimmer gehen Wo immer das in unserer Wohnung Alter, hier schaut's aus, Digga Räum doch mal auf Also jetzt mal ehrlich, Chat Wer will denn so wohnen? Mein, abgesehen davon, dass das eh so abgeranzt ist, aber Kurze Frage Wie schaut's Was glaubt ihr, wie schaut das hier im 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 Kühlschrank aus? Also ich sag, da ist nichts drin und alles abgeranzt Vielleicht Bier, Whisky, irgend sowas Und ein Stück Käse oder so Keine Ahnung Schauen wir mal Dosen Pizza oder so Milch Okay Okay Wo ist das? Da ist das Badezimmer Unsere Tabletten Jawohl Tablettovic So, Sorge für einen kleinen Kopf Wir haben uns die Tabletten und jetzt ins Telefon gehen The fucking phone Aber da hat man doch telefoniert Okay Okay I know I'm late I'll be there soon It's not like the dead are impatient Who's there was? Charlotte Graves Bei einem Spiel mit Toten Okay Okay Okay, die labern jetzt Das ist mir eigentlich relativ wurscht Aber ganz ehrlich, Chit Was? Telefonieren so? Ja Aber was haltet ihr von diesen ganzen, die so telefonieren? Ja Bruder, ich hab das so und so, ne? Beißt du? Ja, ja, und du? Ich find das assig Warum macht man sowas? Warum hab ich... Hoppala Meine Batterie umgeschmissen Okay Was? Das musst du ja mal wegmachen So Äh, Resident Evil 7 Kühlschrank Aber ich hab den noch nicht gesehen Aber ich hab den noch nicht gesehen Jo, Digga Laber mich doch nicht voll Ja Nein Genau, das werde ich mir merken Danke Ich hab's mir vielleicht Aufgeschrieben Ja Ich hab'n doch keine Storyline Das interessiert uns nicht Find da ein Foto von Alice Das hatten wir doch Irgendwo in dem Saustall Ah, da unten Alles was so gehighlighted ist Das ist wichtig für uns Naja, was heißt da würde ich durch 25. November 1976 Dieser Zettel ist älter wie ich Das heißt was Amsterdam Sommer 75 Okay Ähm Nein, aber die telefonieren doch mittlerweile so Das finde ich irgendwie schlimm Beziehungsweise Telefonieren Achso, einen Umschlag Brauchen wir auch noch Wo krieg ich denn jetzt Einen Umschlag her? Ohrringe Ja, Alter Steckt das doch ein Ja, wie viel ist denn das? Naja Ein Schwangerschaftstest Oder Corona Schwangerschaftstest oder Corona Corona waren ja drei Striche Ja, das haben wir uns jetzt angeschaut Wir brauchen einen Briefumschlag Schlafzimmer rauchen Das ist auch schon lange her Ah, da liegt was Ein Briefumschlag Und nun Wirf den Brief in den Briefkasten Er schauts ja auch nicht Wo wohnt der? Was ist das für ein Ghetto? Ich ergebt euch das. Da kommt ja noch mal wer rein. Wenn wir mit dem Fahrrad fahren. Okay. Alter, also wenn das so ausschauen würde, dann fährt der Aufzug. Da steht jetzt noch eine Mikrowelle draußen. Alter. Kurwa. Okay. Okay. Steht es einfach in Polnisch drunter. Auch nicht schlecht. Exit. Warum muss ich denn jetzt da zu diesem Briefkasten rennen? Verdammt. Was hat denn das mit der Story zu tun? Vor allem kann der rennen? Ich hoffe, das hilft, Charlotte. Jetzt schmeißt doch rein, Typ. Und jetzt? Ach Gott. Die Jacke vergessen, aber Auto wird nicht abgeschlossen. Meine Herren, mir steht die Rehren von hier bis hinterm Prahlerstern. So. Wir sind mit unserem tollen Auto. Das aufgeräumte ausschaut. Wie viele Stunden sind wir da jetzt gefahren? So. Okay. Das Fahrrad war schneller da. Geh ins Büro. Das schaut ja jetzt auch aus wie... Wie... Gülle. Alles da? Nee. Warum schaut denn das da so? Ist das mein Büro? Oh nein. Das ist... Der Pausenraum, der... Äh. Da ist das Büro. Ja, wahrscheinlich du, du Depp. Weil es ja dein Büro. Mailbox abholen. Das gibt's auch nimmer mehr, oder? Das hört doch keiner mehr ab. Ich hab' den Kopf mit Ridley in den Korridor. Er war nicht in der Locker, also vielleicht wird er ihn sogar in der Runde. Okay. Alle labern mich doch nicht voll. Heute bin ich wieder in seiner Scheiße ausgerutscht. Ja. Hey, I can't come over... Fuck. I almost forgot Charlotte called me this just about you, so it's time it's not a reference. Haha. That's Barf. I wonder when this clown will ender look under his feet. Pff. Inspiziere deinen Muffin. This time the lecture will be improvised. Birthday. Okay. Okay. I actually forgot it was today. Alice, make me muffins like these. Every birthday. Hm. That treat for later. I always crave something sweet. Maybe later. I'm still hungover. And the tip might hit me over the edge. Ja, hau ich. Und? Okay. Ja, das kann man ja skippen. Äh, der Powerwash Simulator. Ja, die Leichen... Ja, eigentlich liegen die jetzt dann da gleich ums Eck. Schürze anziehen. Das gab's alles in der... Im... Im... Im Prolog nicht. Und meine fucking Schürze. Das ist das Badezimmer übrigens. Auch hervorragend schön. Da... Meine Tabletten, falls ich welche brauche. So. Das ist... Das ist... Das ist... Ja. Weiß ich nicht. Da war ich wohl noch nicht drin. Okay. So. Und hier ist... Das Glück. Und Vorsicht. Man sieht Genitalien. Eine Frau. Suche Schutzhandschuhe. Die lagen doch da. So. Kamera. Wichtig. Die muss man vorher machen. Steven lacht at me for recording everything. He says I have a bigger collection of stuff. Jo. So. Recording. Wollen wir jetzt alles aufzeichnen. November 21st, 1991. Time. 9.13pm. The autopsy is conducted by Jack Hanman. Luxure for the medical university of Missouri. Missouri. Da wohnt meine Tante. Also Großteil meiner Familie. Falls das wer wissen will. That's right. Information der Polizeiakte. So. Samantha Barker. Samantha Barker. So. Mal kurz was. Lurgan. Ähm. Warum das? Entschuldigung. So. 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 Liebe Freunde, es ist gut so, wie es ist. Ich verstehe nicht, warum. So, speicheln, speicheln, speicheln. Ich muss da nur kurz was schauen, weil... Irgendwie werden da Sachen nicht gepriggert. Und ich glaube, dass es daran liegt. Schau, ob das dann nicht da liegt. So, also, wir haben Samantha Parker, Barke, Entschuldigung. Okay. Okay. Lecker nicht erreicht, Entschuldigung, und im Wohnzimmer gefunden von einem Freund. Okay. Halbliegende Position auf dem Sessel gefunden. So. Also, so wie ich da immer sitze. Wurde sie von einer kreativen Dürre heimgesucht. Was ist eine kreative Dürre, Chad? Was ist das? Oh, ist so entspannt, das können nur Drogen sein. Wurde dir zu einer Talentshow wie DSDS oder sowas gehen. Also, jetzt unabhängig davon, ob man jetzt singen kann oder so. So. Erstmal nuggisch machen. Ui, 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 ui. So. Foto mit der Polaroid. Also, ich kenne tatsächlich einige Leute aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die schon bei so Talentshows waren, auch im Fernsehen und sowas. Ähm, ich bin damals auch schon mal angerufen worden für, ob man da was machen kann, will. Äh, und ich habe da ein Kind abgelehnt. Was ist denn da jetzt los? So, jetzt brauchen wir erstmal ein allgemeines Foto. So, und jetzt müssen wir nach Wunden und sowas schauen. Alle schimmelt ab, wird der Kopf weg. So. So. Schaut auch sehr gesund aus. So. So. Schimmelhand? Alter, fort. Wie ist es gehabt. Nein, also, ich würde zu sowas auch nicht gehen. Ich kenne, ähm, teilweise Verträge, wie die ausschauen. Du verkaufst dir deine Seele. So. So. Nochmal davon. Ist da vielleicht noch am Kopf irgendwas? Ein Foto fehlt uns noch. So. 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 erster und Nichtschundzape, wie Sie reden können, was war Gottes Kino� montrerif, ohne irgendeine was. So, dass man wieder angestikerweise mit dem Kaufien dürfen. Ist das vielleicht irgendwo an die Narbe oder so? Habe ich denn was übersehen? Wollen wir einfach zu nahe dringen, jetzt müssen wir diese Fotos da hinpappen, so allgemein Füße oder der Fuß, der Bauchbereich, der Hals-Nacken-Bereich. Der rechte Arm und der linke Arm. Schau mal, ich würde da auch nicht hingehen, das ist absolut Mülleimer. So, untersuche die verdächtigen Stellen mit der Lupe, das heißt, wir brauchen eine Lupe. Also schaut nach strangulieren aus, Chet, oder? So. Ja, da muss ich wer drauf gehauen haben. So. 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 fällt kannst du anscheinend daran sagen oder danach ablesen wie ob das stimmt mit dem todeszeitpunkt oder nicht so nehmen wir die hand zu schnell es wird geschnippelt freunde schnibli 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 um den bauchnabel rum so jetzt brauchen wir wieder die astschere warum auch immer das astschere heißt okay gleich die spritze sie hat noch mal gerocht wie ein schlut spritze die abgab so es nicht jetzt die schlug antiken zentrums also und augapfel was im echten leben ist das mit sicherheit sehr ekelhaft so hat er das notizbuch jetzt ich hab's mir gemerkt freund ach gott ja es ist noch immer 15 70 außer da steht was anderes drin sehr schuseliger typ so 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 notizen 15 70 so einmal zweimal drei proben 15 so das geht ja sehr schnell und wir schauen die nächsten streams aus du machst das ja jetzt ziemlich freestylen verfluchter mist schon wieder diese sicher im lagerraum okay war war das ist mein büro Prozent und wo ist die Sicherung Ah, das ist ein Lagerraum Verstehe Und voilà Wir haben wieder Strom Vielen Dank Okay 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 Was ist denn jetzt schon wieder Jack Handman Speaking Easy Why so rude Steve Sorry man This place is falling apart And Ridley won't even lift a finger to help You just can't work here And the centrifuge trip the fuses again Yeah Wo Schneebeln Hm Lass mich halt weiter machen Ja das ganze Game überliegen kippen Im Schlafzimmer Im Büro Vom What is it A three car police convoy was involved in an accident near Pete's Bay Bridge while transforming prisoners to Orleans Parish Prison at the moment we do not know the exact number of victims Noch mehr Arbeit. Danke. Hervorragend. Schluckt hart. Alter, was? Was ist hart schlucken? Hm? Da sind deine Tabletten. Ballerst dich gleich rein. Ja, da liegen sie. Ach Gott, wie ein Bart. Ein schwerer Unfall, viele Opfer. Er ist definitiv tot. Ja. Nichts wird passieren. Du bist schon sehr fertig, Typ, oder? Und das ohne Flüssigkeit. Das kann Kettenrauchen, oder? Ich glaube, der ist einfach fertig. So, kann ich jetzt weiterarbeiten? Ist das jetzt genehm? Ich glaube, der ist ein bisschen fertig. Halt die Fresse, Radio. So. Einmal, zweimal, dreimal. Mirakulöslich? Ja. Hui. Die Samples spinnen. Ich werde sie in das Chromograph in das Lab. Zum... In das Gestell. Alter, was für ein Gestell. Digga, wo... Warte mal, hä? Hier. Hm. So ein bisschen Licht oder so. Da wäre das halt schon geschmeidig. Das wird wahrscheinlich so diese Holzdinger da sein, oder? So diese klassischen... Ach nein. Welches Tester? Weiß man ja bei dem nicht. Wo soll denn das gest... Das soll er das Augenspülen? Seht ihr da was? Ich sehe da nichts. Ah, das ist einfach nur... Vielleicht hier? Ah, weil das ist Labor. Ist vielleicht da. Ah. So, nimm die Pimpete, dass sie 5 Millimeter Flüssigkeit aufnimmt. Ah. So. So. Und jetzt. Achso. Ah. Achso. Precisely. Bezise. So. Ah, okay. Einfach alles gleichzeitig da rein. So. Okay. 18 mit 10 milliliter ok so f nicht so das ist ja auch bescheuert ich meine es ergibt schon 10 aber muss man rechnen auch noch weil blöd 15 nicht 5 vielen dank für die commands leben wie sie so jetzt gehen wir das in irgendwas leckung ihr blanko kiste rein so überprüfe die ausgedruckten ergebnisse das chromatografen theoretisch sollten die jetzt auch getriggert laufen theoretisch und was soll ich mir jetzt da anschauen da überprüfe ich und dann ich habe doch eine ahnung was da drauf steht alkohol 0,87 oder so ok nachdenklich urin ja gut das aus der blase wahrscheinlich ja jetzt habe ich mir das angeschaut ich habe trotzdem keine ahnung kehre zurück zur option ich will ja jetzt schnippeln keine alkoholvergiftung ja genau es sagt was willst du von mir so obdruck zum schnippel so alkohol ist aber nicht spritzer zwei proben für die toxikologische untersuchung herz und leber ach so leberanalyse the liver jetzt ist lustig schnippel ok schnippeln 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 das dart mich jetzt ein bisschen dix pleine hier hallo ich bin ein Pinguin spek peptide k Sold Kleiner Pinguin. Hallo? So. Legen Sie die Leber auf die... Wo ist die Leber? Hallo? Hallo? Und die Leber hin. Hallo, Leber. Leber? Ah, wir haben die Leber in der Hand. Die Leber weggerannt, ja. Irgend so was. Ihr sagt mir schon. Also. 1,3 Kilo Leber. Esst Ihr Leber. Chat, esst Ihr Leber. Oder generell in der Reine. Also Leber so mit Zwiebeln. Und, und, und. Butterbrot dazu. Ja, das ist schon nicht so schlecht. So, das müssen wir wieder mit unserem langen, dünnen Messer. Da ganz vorsichtig. Einmal rauf. Und wieder runterschneiden. Ich hätte ganz gerne 100 Gramm Leber dünn aufgeschnitten. Das heißt ja De-Liver-Ree. Ah, diese saure Lunge. Bäh. Das ist genauso wie, wie. Wir haben vorhin den Magen untersucht. Da konnte ich natürlich nicht an Oggersheim vorbei. Ein Helmut Kohl, der immer gesagt hat. Oh, dass er dann immer, ähm, das Saumagen und, und, und das Zeug sie ist. Bäh. Ekelhaft. Ähm. Aber die, so, so Leber und so Nieren spießt so schaschlig. Ja, schon, oder? Saumagen und Pansen und das Ganze. Blah. Puhig, gack. Beginne mit deiner gründlichen Herzanalyse. Da ist er wieder. Man sieht den Clip. Hallo. 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 Ich bin ein... Oktopus. Bäh, bäh, bäh. Vielleicht sollte ich hinzuhören. Ähm. Nein, das kann man ja dessen. Inkel. Was geht? Ja, so mag ich sie am liebsten. Oh, mhm. Lecker Saumagen. Was geht, Jella? Ist doch lecker, oder? Da geht was weiter. Mhm. Jetzt müssen wir schon wieder... Was soll ich denn jetzt machen, überhaupt? Ach so. Irgendwas ist da kaputt. Wir machen hier Schnibli-Buhu. Jella, nur für dich. Weil du stehst ja drauf da, hm. Schön mit Janitalien. Elefanten wegen dem Rüst. Ja, Elefantenherz. Oder Schwein. So, brrrr. Wie macht ihr Herz? Oink, oink. So. Schmeißen wir wieder die Blutproben da rein. Also, 15 Minuten bei... Oh ja, 15 bei... Halt, Digga, das ist doch richtig. Oder ist das ein anderer Wert? Und wir wissen es nur nicht, ja. 15? 70. Ja, das geht grad Pizza. Nice. Und was für eine Pizza schraubst du dir rein? Was Gescheites oder so? Das ist die Frage. Pizza Hawaii? Ja oder nein? Das ist ja auch was, was die... Ach, da kann man die Seiten wechseln. 10,75. Was haben wir jetzt überhaupt gemacht? Verdammt. Ah, 10,75. Wo ist die fucking Maus? So. 10. We pray that it doesn't trip anything again. Yes, we pray. Gerade Pizza. Ach, Digga, das geht gar nicht. Ich hab ja noch... Noch immer. Also, Erdnussflips... Die... 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 Sollen jetzt nach Essiggurke schmecken. Ähm... Aber hat er... Sohnemann hat gemeint... Die schmeckt nach Cheeseburger. Ich weiß nicht. So, proben wie du aus der Zentrifuge rausnimmst. Tschack. Ja, nimmst du vielleicht... We can take the Samples to the lab now. Schupto... Fungi und ne... Tonno. Ja, Dominos Pizza is schon nice. Und du schraubst dir jetzt ernsthaft zwei Pizzen rein. Lass mich da wieder hinlaufen. Ach Gott. Es ist schon mühsam. So. Jetzt müssen wir den Pumster wieder einstellen. So. Jetzt schieben wir ihn rein, Freunde. Wie man... Wie... Na ja, reinschrauben. Im Wald, was? So. Wo? Was hast du dort getrieben? Jailor. So ganz ohne... Unso... Oberrentner. Richtig enttäuschen. Papierkram. Ach so. Vielleicht sollte ich ihn reinstecken vorher. Also die... Das Pimpenden-Ding. Ach so. Ja, jetzt muss man das ja reinziehen. Keine Ahnung, was die da labern. Wir haben... Drogen, 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 Missbrauch. Ähm, gestern hat mehr als genug zu tun gehabt, haben wir gestern bei meinem Roland Platten eingefahren. Mit dem Rad zum Reifenhändler und Neuaufzüttema. Und dann schön Geld abkassiert dafür. Ja, scheiße. Irgendwo reingedübelt oder... Hat irgendwie wer nachgeholfen. Das haben wir ja diese Klima... Klimaaffen gerne gemacht. Alter, 75 Takt. Ähm, dass die dann so einen Stein oder sowas beim Autoreifen dazugegeben haben, damit du ja... damit die ja die Luft rausgeht. Oh autorisen... Ah, das ist... Ja, trotzdem... Urmühsam. So, wir müssen wieder den Magen untersuchen. Hallo. Ich bin die WC-Enter. Tröt. Es schaut doch kein Magen aus. Okay. Wir können jetzt auch die Daten, die wir zu dem Worden gehen. Wupp. schnippeln. Was steht sonst an die Woche noch bei euch generell? Alles wieder. Wenn ich da mal das Messer sauber gemacht seht ihr das? Was ist das? Unser hygienisches Labor. Achso, wir müssen da jetzt vorsichtig mit irgendwelchen Restfetzen von keine Ahnung von gestern wahrscheinlich noch vom letzten Nutella-Brot glaube ich fast. Aber stellt euch vor, ihr habt dann kein Messer und müsst euch das Brötchen machen oder so und dann und dann sowas. Ja mein Gott, man kann sich doch mal verzählen, oder? So bei dem einen oder anderen Medikament. Mein Gott. Arbeiten bis Freitag durchhalten. Ja, das ist das Schlimmste am heutigen Tag, dass erst Montag ist. Also jetzt haben wir vorhin den neuen Kühlschrank bestellt, weil der andere im Arsch ist. Das ist schon mühsam. Achso, ja, Obduktion. Wir müssen jetzt da weiter schnüppeln. Morgen noch frei, weil Dienstag wichtig Dienstag Das geht morgen hundertprozentig wieder so ein Hast du Zeit? Ach nein, du hast ein bisschen Arbeit. Nein, das ist Dienstag. Ah, verdammt. Und mein Sohn liegt krank im Bett. Let's go. Ja, wunderbar. Das ist hervorragend. So, kranke Kinder sind spannend. So, die Lunge. Was will ich untersuchen? Die hat da irgendwelche Ester drin. Oh, Smoker. 420 und so. Ähm. Einfach komplett ausrollen. Ach was? Was ist das eigentlich? So eine Eistüte. Gehirn. Säge. Säge. Pflup. Alter, das schaut ja jetzt schon scheiße aus. Das kann man gleich wieder zudeckeln. Das sieht man doch, dass das kacke ist. Ja, das ist lecker. Bäh. Das gehört aber nicht zu. Warte mal. Wolltest du das drehen? Hallo, ich bin ein... So, lieber Chad, schaut ein Hodenkobold aus. Aber das ist... Okay. Ich bin ein Hodenkobold. Schönen guten Tag. Dieter... Ich stelle ihn vor. Dieter, der Hodenkobold. So, und... Screenshot machen. Wichtig. Dieter, der Hodenkobold. Ich bin aber rammt belischt. Wart'n los hier. Ich hab hier gerade ein kleines Problem. Schönen, ich weiß nicht, wo ich zu Hause bin. Das ist ein neues Pokémon, der Hodenkobold. Verlasse den Leichnam. Ich bin nicht alle im Leichnam drin, dann würde das komisch ausschauen. So, Gehirn zerschnibbeln. Vom Hodenkobold. Das ist auch original, nicht sauber. Da hängen auch noch irgendwelche Resten dran. Uera! Bing, 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 bing. Hodenkobold kaputt. Ach. Alter, komplett zerlegen. Schutzbrinne. The Googles. Alter, das ist so fettig, der Typ. Der ist so kaputt. Vielleicht sollte er einfach die Bilder weggeben. Frag Ridley, wo der Kellerschlüssel ist. Wo ist Ridley? Bruder, wo bist du? Bruder. Bruder, kommst du bei dir telefonen? Und ich muss fragen, ich muss fragen, dieser... Muss man Telefon machen, oder was? Wo, wo Ridley? Bruder, wo der Kellerschlüssel ist. Wie, Bruder, Ridley, diese? High-End-Rentner-Rechner. So was bin ich groß geworden. Und, wo finde ich Ridley? Kann ich den da anrufen? Nein. Ridley! Hallo, Ridley! Ridley! Beauty! Ist der da drin? Ist der am Scheißhaus, oder? Tabletten? Hm? Nicht? Hey, jetzt darf keiner mit dem Namen Dieter kennenlernen. Da fliegt... Warum Dieter? Warum jetzt Dieter? Hör mal, Kippe. Ah, vielleicht ist der da. Nee. Frag Ridley, wo der Schlüssel ist. Oh, Schnaps! Yes, Digga, geh doch da vorbei. Komodos. Alar, was? Bitte gehen Sie nach Hause, rufen Sie Ridley an. Ach so, Dieter der Hodenkobold. Okay. Die Tade der Hodenkobold. Die stöbern hier einfach rum. Du musst ja irgendwo dieser Kack-Schlüssel sein, oder? Ridley! 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 Wo? Nach der Pause... Wo ist Ridley? Pizza! Zwei Stück! Ich kann mir nicht helfen. Jella, ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Ich lach dich aus. Jawohl. Das geht nur durch... durch irgendwelche... späten und so weg. Ach Gott. Überall Pizza-Kartons? Aber... Ah, warte, was ist das? Ach so, nein. Aber kein Ridley? Frag Ridley. Wo der Kellerschüssel ist. Ah. Mr. Ridley. I need a key to the basement. It's in the social room. Why is the key lying... Ah. Thank you. Ach Gott. Oh. The social room. Ist doch... Du verarschst mich doch! Schlüssel? Rausgehen? Nein, liegt da! Eine Siebelsäge. Ab ins Bauhaus, Leute. Da, nein. Es war so, klar. Geh in den Keller, ja. Ich würde ja gerne in den Keller gehen. Es ist ja nicht der Keller. Also, dieser... Dieser Ding hier, da... Liegt's schon irgendwie manchmal, oder? Och Gott. Was heißt, was hat er denn? Ich... Ich hab den Schlüssel eigentlich schon in der Hand. Und dann sagt er... Nein, geh zu dem. Dann rennst du hin, sagt er... Alt Digger, liegt denn da? Was los? So. Scheißhaus? Ja, doch. Es wird ja nicht der Keller sein, oder? Keller schaut doch. Keller ist ja unten. Security room. Security room. Aufsperren, was? Sehr krass, noch rumlaufen. Okay. Hm. Jetzt wohin geradet, wo ich nicht hin will. Schlimm, ey. Was? Was? Wer ist wohin geradet? Ah, da ist der Keller. Wenn der wenigstens rennen könnte. Digger, scheiß dich doch nicht so ein. Nimm weniger Drogen, Typ. Und dann... Was? Es ist geradet. Kann niemanden, die Verwaltungen hierher machen? Verdammt, Hach. Temperatungslos. Was? Ein Weichei. Nur am Meckern. Keine Kraft. Er stirbt doch. So. Äh, das... 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 Was hab ich auch damit kam? Was ist mit ihm? Beende die Untersuchung der Hübelsäule mit einer Säge. Einfach, du beschwerst dich, wie es da ausschaut. Und in deiner Wohnung schaut es aus, als wenn da ein zweijähriges Kind wohnen würde und schwerste und schwerste Probleme hätte. Mein Gott. Achtung, deutlich. Ich bin bewaffnet. Kann man springen? Nein, leider nicht. Achso. Hört da gerade aus. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Zuhause glaubst du, dass da was explodiert ist? Oh. Ich überleg übrigens, ob ich... No. E.M. Watch-Partys mach. Ja, bei Waffen rennt er weg, weil er einfach ein Idiot ist. Okay. Die sanfte Art. Die alleine ist komplett leer. Und in Wirklichkeit liegt es da oben. Das hat sie einfach selbst erhängt. Oder, weiß ich nicht, ist es ermügt worden, oder... Komplett ausgeräumt, aber dann... Oh. Hatte Kopfschmerzen. Entschuldigung. Okay. Ähm... Overdose. Okay. So. So, die Frage, gilt das jetzt als Unfall? Ist das ein Selbstmord? Mord ist es keiner. Unbekannt? Nein, weil wir wissen es ja. Natürlich war es auch nicht. Ein Unfall? Okay, es war Selbstmord. So, jetzt kommt wieder das Unterschreiben. Wunderbar. Die Zeichnung eines Zweijährigen. Wunderfull, wunderfull, wunderfull. Watchpartys sind schon mal besser wie Schlafstreams. Also Schlafstreams, das kommt halt immer drauf an. Ach ja, den müssen wir jetzt wieder zuwickeln. So, jetzt seht ihr wieder getackert, Freunde. So, noch ein kurzes Piercing hinterher. Da, Faced. So, verlasse den Leichnam. Wie gesagt, ich war nicht drin. Jetzt müssen wir die zurückschieben. Ich spüre, wie sich das Hunger gefühlt. Zack, zack, auf Wiederschauen und reingehauen. Mit dem Alter kommen die zittrigen Hände. Man merkt's. Äh, ja. Das ist richtig. Deswegen arbeite ich mit viel Alkohol dagegen. Das macht's zwar nicht besser, aber... ...es mir einfach scheißegal. Jetzt müssen wir wieder gehen. Ja, ja. Bla, bla, bla. Bestes Auto der Welt. Das ist noch das Ordentlichste, was wir haben. Erstmal Whisky on the Rocks. Erstmal schön. Whisky on the Rocks. Ähm, ja, es ist halt die Frage. Dieser, 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 ähm... Also, wenn es echte, so Schlafstreams sind, das ist halt... Wer, wer will sowas? Oh. Jo, bla, bla, ist... Wo geht's denn wo? Bestes Treppenhaus der Welt. Was ist das? Also, wir haben eine Leiter. Wir haben eine Mikrowelle, da einfach lustig rumstehen. Ein Fahrrad. Ähm, ah, nein, da war der Aufzug. Oder? Geh zurück in deine Wohnung. Ich weiß nicht mal, in welchem Stock ich wohne. In welchem Stock wohnen wir? Dritten, oder? Keine Ahnung. Ja. Äh, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das, 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 das mache ich nicht. Über, über andere Streams und sowas hier irgendwie drüber reden. Das, 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 das so vorgefallen ist. Also. Chapter 2. Bevor wir in Chapter 2 gehen. Gehe. Geh ganz kurz. practitioners. ister, wir müssen den Geld hast. Och, es schluckt wieder harte, das ist ja still. Blöde. Was im Muckis Zimmer mach. Ja, ich hab mir gedacht, ich rühre ein bisschen auf. Und gestalte ein bisschen um. Und ähm. Ja. Kleine Honigbiene. Was soll ich bloß tun? Pringles. Es wäre natürlich geil, wenn man jetzt irgendwie ähm. Wenn man natürlich jetzt irgendwelche Aufbackbräuchchen findet. Das ist für, ähm. Nur für dich, Missy. Das ist ein, ein Streamer. Ähm. Wo wir eigentlich täglich tagsüber irgendwie rum eiern. Und da gibt es noch ein paar Insider. Wie zum Beispiel, dass der einen Schrank hat, der seit 100 Jahren nicht mehr drin ist. Er weiß es. Ist egal. Also, das sind lustige Geschichten. Ähm. Und jetzt suche ich gerade, ob es hier Aufbackbrötchen gibt. Aber anscheinend nicht. Alter, mach auf. Nicht zu. Ah. Okay. Nein. Aber ich werde ihn morgen mal drauf anschreiben. Ja, ich wollte ja den Schrank lackieren. Wenn er mir mischt. Überprüfen wir jetzt das Schmuckkästchen. Ist die Frage, welches Schmuckkästchen meint? Das Ding hier jetzt. Das Schmuckkästchen. Ähm. Das war doch da in unserem wunderschönen, ordentlichen, traumhaften... Ach, nein. Falsch. Das war doch. Ach, nein. Ist ja hier. Hm. Oder wie beim Aufzug stand, kurwa. Na, das Geld ist weg. So. Ja, Licht ist anscheinend auch Armutszeugnis. So, der Stift. Aber die Kohle ist weg. Ja, da, weg. Kann nichts Geld. Was ist passiert? Ja. Die Ohrringe. Digga. Covid-Test. Ja, das hatten wir doch schon, aber... Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Was ist passiert? Ja. Kurzfrau war da. Hat gesagt, so ordentlich. Macht dreckig. Oh, Tabletten. Tabletten, wichtig. Drogen. Drogen, 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 Drogen. Die machen so, ich machen so. Subside Up. Das ist weg. So ungefähr. Original, diese. Alter, was... Oder schon wieder Steven anrufen. Wieso gibt's denn da so... Was, warum telefoniert der so... Warum will der so viel mit Leuten reden? Jetzt, Jack, I told you, I'm going to burn drink with you for another night in a row. Ja, sauf halt nicht so viel oder so wenig. Ich glaube nicht. Ich rufe gerade Officer. Okay. Das ist irgendein... Polizistinhaber da. Ich mein so. Aber ich werd das so... Ich werd das dann... Dem Kopf so sagen, wie... Wie von Jaila vorgeschlagen. Die machen so, ich machen so. Subside Up. Geld ist weg. Jo, bla, bla, Alice. Ich hab den Schlüssel. Das will doch alles keiner wissen. Bla, 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 bla. So Spiele, wo du... Kein... Keine Geschichte brauchst. Poltergeist. Wir werden jetzt alle sterben. Bier. Leeres Bier. Was? What? Fernseher ist aus. Oh mein Gott. Alter, was heißt, räumen die Wohnung auf. Das sind jetzt die High Challenges. Aufgeräumt, oder? Sollte ich was hier vorher. Ach. Kann man ja auch nicht anders sagen. Geht nur so. Ab und zu jetzt gibst du auch. Ja, ich hab mir eigentlich gedacht, du kriegst irgendwie Sachen hingelegt und musst selber drauf kommen. Aber du kriegst mir nur vorgegeben mit, du mach das. Und mach dies. Und mach das. Ja, und jetzt? Das Klo auch noch putzen, oder was? Alter. Oh, geschlossen. Was? So. Türen zu machen ist auch eine Art von Aufräumen, oder? Das finde ich spannend. Warning. Was ist da drin? Okay. Na doch nicht. Ich hab gedacht, da liegt die Kohle. Ich bin glücklich, dass das nicht verbringt. Jack. Hi. Das ist genug für jetzt. Ach. Jetzt sind da wieder irgendwelche Flashbacks. Wohnungsaufräumsimulat. Wenn du das haben willst, ich empfehle dir, Klammer auf, nicht Klammer zu, Wie heißt denn das Kack-Ding jetzt? The Life. Nein. Jetzt muss ich kurz schauen, wie das heißt. Uno momento. The Call of Karen. Das ist irgend so ein Studienprojekt gewesen. Das ist ein kostenloser Download auf Steam. Nein, das ist ein Bullshit. Also das ist nur Bugs. Und du bist eine 50er Jahre Hausfrau. Es gibt jeden Tag das Gleiche zu futtern. Du musst Staubsaugen, du musst Sachen wegräumen, die in der Luft rumfliegen. So Bücher. Du redest mit deinem Mann und mit Kindern, die es nett gibt. Total schlimm. Also wenn man wirklich mal sich ärgern will. The Call of Karen. Wirklich. Echt schrieg. Das habe ich, das war glaube ich, wo ich dann den Kanal vor drei Jahren oder so was irgendwie neu aufgemacht habe. Da habe ich das irgendwann mal gestreamt. So gefühlt eine halbe Stunde und dann habe ich, bin ich außerhalb auf die ins Tor gekommen. Ach ja, meine Tabletten muss ich nehmen. Sicherheitshalber. Ich hoffe, ich muss ja nicht zum Arzt reden und kriege dann an den Zahncreme. An dem Zahncreme. An dem Zahncreme. Ja, schaut halt aus wie Dreck so. Wow. Das hat mein Game gewonnen, das heißt Unpacken. Da musst du Kisten ausräumen und dann ziehen wir so den Alter. Nein. Nein. Ist ja auch bodenlos. Kostet wahrscheinlich 20 Euro, der Mist. Jetzt muss ich ja wieder runterlaufen durch dieses wunderschön aufgeräumte Treppenhaus. So. Sicherheitshalber, schließen wir die Türe. Ja, was du alles machen musst, Dude. Alleine, du musst da aber da gibt es ja auch diese ganzen Sachen wie dieser PC-Doktor oder sowas, wo du PCs reparierst. So. Süddeutsch, Englisch, wie ist der Untertitel? Nein, das war nicht da, das war da unten. Wow, wo stand denn das? Jetzt muss ich ja jetzt nochmal runter. Bin ich im falschen Stock ausgestiegen, oder? Ja. zu blöd ist, um Aufzug zu fahren, oder wie? Was ist denn das jetzt? Ah, Mikrowelle. Ja, ist halt nicht gefahren, dieser Aufzug. Okay. So, und jetzt? Kurva. Warum auch immer. Das kostet echt 19,99. Dringende Kaufempfehlung. Ja, aber das ist halt immer dieser gleiche, gleiche Scheiß, oder? Es gibt Spiele, wo du dir echt denkst, Digga, für was? Oh, der ist so langsam. Vielleicht ein bisschen optimistisch. Ich würde besser einen Kaffee auf der Weg holen. Ja, hol den Kaffee. Müssen wir vielleicht jetzt noch irgendwo zum, 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 ähm, Starbucks oder sowas rein. Wir könnten das, wir könnten das ein Mucki empfehlen für den Sabaton im Herbst. Wir haben da ein super Game, wie, dann, dann, dann schenken wir ihm das. So, nein, falsch. Dann, dann, dann teilen wir, teilen wir uns das, oder so ein Kaffee, der so mit dem Ding, er muss durchspielen. Mach da mit seinem Lüfter fix keine Probleme. Was heißt, schiebe den Wagen? Welchen Wagen? Ach, da vorne liegt was. Ich sage, kann man das nicht irgendwie, für was habe ich Mitarbeiter? Genau, das muss er spielen. Das war der Laubbläser. Genau. Ich weiß nicht, warum das Ding gerade gelacht hat. was? Ja, jetzt brauchen wir wieder Handschuhe, ach nein, erst Schürze, wichtig, dann die Handschuhe, weil, warum auch. So, wo ist die, wo ist der Video, dem Videokammer da? Ach nein, Diktiergerät. Hallo, mein Name ist Michael Jackson. Leute, Brangzeichen Gulli. Okay, einfach mal im Gulli gelandet. Harper wurde auf Drogtherapie gelegt, die sie ziemlich regelmäßig ausgelöst hat. Während ihrer Trächtigung, sie war unter der Arbeit ihrer Kammerbob-Partner, Richard... Adam, Sam, Sam. Ich glaube, ich bin so froh. Das ist der Vorteil, dass der Kleine jetzt nie mehr in den Kindergarten gehen muss, dass das Kapitel ist. Also zweimal noch, einmal Sommerfest und einmal zum Rausschmeißer. Dann kein Kindergarten mehr, das ist so gut. So, also wir haben in einem Brunnen, haben wir den, wurde er gefunden. Okay. Wunderbar. Der Nachteil bei Schulkindern halt, die kosten halt... Oh, Entschuldigung. Kosten halt drei Millionen Taler. So. Wir haben unwichtige Informationen gesammelt. Jetzt packen wir mal, mal schauen. Das machen wir Lloyd mal... Okay. Lloyd. So, Jella. Nur für dich. Oben, unten. Pfff. Wunderbar. Mit Wischmob zwischen den Beinen. Entschuldigung. Ähm. So. Äh, jetzt brauchen wir unsere Polaroid. Oh, ich bin so Polaroid. Das kennt doch eh keiner mehr, oder? Polaroid kennt doch keinen Mensch von euch. Ihr seid doch viel zu jung dafür. So. Wow. Füte. Klasse, dann lernen sie lelelelele. Ja, genau. Und deine Mama ist meine Freundin und ich mach dir ein Brudermusik. Ja. Ja, was... Lelelelele. Das Beste, weißt du. So, wir müssen noch ranzoomen. Das schaut irgend... Also, ich weiß nicht. Es schaut nicht gesund aus. Vielleicht Allergie gegen... Pollen, oder so. Oh. Lelelelele. Ist das Beton, oder was? Post-Mortem-Marktungen sind auf der Unterseite des Körpern. Das ist... Auf der Rückseite, die Augen und die Kälte der Geist. Okay. Six... Six... Bilder brauchen wir. Okay. Wir müssen Moos fotografieren. Es ist wahrscheinlich, dass die Geist auf der Rückseite liegt, als sie ausgeteilt wurde. Okay. Anhand dessen sieht man, dass sie eventuell auf dem Rücken lag. So. So. Schrumpelfuß. Mit der Oma-Haut. So. Zoomen. Raucherhand, oder so. Na ja. Wenn du so 97 Stunden im Wasser liegst, dann löst du dich halt auf. So. Haben wir alle Fotos gemacht. Jetzt ballern wir die da hin. Warum auch immer. Warum auch immer. Da ist doch was im Busch. Bro. Ich weiß nicht, ob da was im Busch ist. Yes. Ach. Da geht's ja auch so. Wie klingt es ein Schamhaar, das zu Boden fällt. So. Haben wir das auch geklärt. So. Was sollen wir jetzt machen? Obduktion durchfühlen. Schnibbeli, schnibbeli, schnipp. Jane Doe. Jane Doe. 35. Bindehautentzündung. Keine Ahnung. Untersuche die verdächtigen Stellen mit der Lupe. So. La Lupe. Also. Wir haben da oben mal. Wir sehen dicken weißen Schaum im Mund. Da ist da was im Busch. Ich glaube, das VOD heißt dann auch so. Ah ja. Stimmt. Da war ja was. Genau. Weißer Schaum. Wir hatten den dabei. Keine Ahnung. Wie? 13? 14? Also. Hier 100 Jahre her ungefähr. Ähm. Gab's ja auch sowas. Ein Neger sitzt am Mittelmeer. Darf man nicht mehr sagen. Aber ich geb's jetzt nur so wieder, wie das früher geheißen hat. Ja. Also. Ganz entspannt bleiben. Und schiebt die Vorhaut hin und her. Er fasst es nicht. Er glaubt es kaum. Schwarz. Aus schwarzem Rohr kommt weißer Schaum. Da merkt man, dass das 125.000 Jahre alt ist. Weil heute sagt man das nicht mehr. Und da hält man sich auch bitte schön brav dran. So. Die Haut kann man von dem... Schaut halt ekelhaft aus. Raucherhand halt. So. Raucherfuß. Ähm. Erklär das mal der Oma. Ja. Das. Schwierig. Also. So. An der Puppe und Klemmbrett. Ah ja genau. Ähm. Das ist halt genau so ein Thema. Dieses. Ähm. Ja. Ich weiß nicht. Erklären. Was sagt mir der Pfeil da jetzt? Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Manche Sachen finde ich ehrlich... Übertrieben. Aber, ähm. Sprache verändert sich einfach. Ja, es ist einfach so. Es ist einfach klicken. Es ist halt einfach wie ein Portorien nachspielen quasi. Es ist langweilig. Ähm. Sprache verändert sich und muss sie auch verändern. Und wenn alles, wenn sich nichts verändern würde, dann hätten wir noch Zeiten, wo jetzt die EU-Wahlen dran erinnern. Also sind wir froh, dass sich viele Sachen verändern. Oh, das erlauben wir mal, weil es geht ja noch ums Thema. Äh. Bei manchen Dingen bin ich fein mit, aber mal ehrlich, es darf auch nicht mehr Zigeunnersauce heißen. Ja, das ist dann heißt halt Paprikaschnitzel. Am Anfang muss ich... Sag ich ganz ehrlich, hab ich mir auch gedacht mit... Alter, wir haben Probleme. Wenn du dir das aber global überlegst, ist das schon wichtig, dass da manche Sachen verändert werden. Was muss ich denn jetzt machen? Jetzt muss ich den ganzen Scheiß da einfach nehmen und... Ja, und jetzt haben wir alles genommen und... Achso, wir sind schon draußen. Wie zum Fick soll ich jetzt da... Da bleibt nur noch die Haut drauf kleben. Konsensospritze Glycerin in die Fingerspitzen. Wo? Und wie viel? Ah. So. Ähm... Schaumküsse, okay, sehe ich. Ja, also Schaumküsse, ja. Ähm, ich bin schlafen. Gute Nacht. Liebe Missy, danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. So, jetzt müssen wir noch diesen Pinsel daneben, oder? Also das hier ist einfach nur so, oder? Ach... Tut sich da jetzt was? Tut sich da nichts was? Hallo? Ähm... Ja, manche Dinge sind definitiv überzogen. Was ich zum Beispiel... Ich glaube, das ist genug. Ja, das glaube ich auch. Ähm... Ähm... Aber das mal jetzt da... Das ist da manche Leute gibt, wo sie sagen, okay, wir möchten, dass du da jetzt drei Stunden oder vier A4-Zetten schreibst, nur mit... Anreden... Ja, ist halt... Ist halt übertrieben. Ich weiß... Auf irgendeiner Seite habe ich mich registrieren müssen für irgendein Tool oder sowas. Und da stand ohne mit so einer Absatz drin, nur mit irgendwelchen Geschlechtern. Ich... Ich... Ich kenne die nicht einmal. Ja, das finde ich halt ein bisschen... Zu... Zu... Too much. Aber wie gesagt, ist es... Entweder akzeptiert man es, oder man akzeptiert es nicht. Du kannst es ja eh nicht ändern. Ähm... Achso, wir müssen die Fingerabdrücke nehmen. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich diesen High-End... Nein, ich will sie nicht begrapschen. Ich will dieser... Faxen, oder was? Mal ernsthaft. Aber es gibt immer noch Themen, wo man... Wo man mehr machen kann. Zum Beispiel irgendwie... Gehaltsstruktur und sowas... bei Frauen anpassen. Sich mal irgendwas überlegen, dass vielleicht... wenn eine Frau... Mutter ist und... und... gar nicht arbeiten gehen kann, dass das vielleicht auch Arbeit ist. Das ist einfach mal mehr... wertschätzen. Das gehört meiner Meinung nach alles irgendwie mal überarbeitet. Ach, zum Computer! Also... Alter, was! Okay, warte einen Moment. Wir scannen was in einem Fax-Gerät ein... und haben sie jetzt an einem 800.000 Jahre alten Computer, wo wir was hochladen... in rasender Geschwindigkeit, die nicht stimmt. Gendern im Sinne von männlich und weiblich finde ich gar nicht so schlimm. Es gibt Begriffe, die kennt man nur in Form des Mannes. Da bin ich ja komplett fein damit. Aber dass man Sachen extra erfindet, das finde ich halt... ja... müh... nicht... nicht schwierig... ähm... mühsam. Achso, jetzt müssen wir dann... das... und... was? Alter, das müssen wir aber jetzt nicht bei jedem Foto machen, oder? So. Geht das nicht schneller? Was ist denn das für ein Müll? Also das ist schon so ein Griff ins Klo-Spiel. Ohne Witz. Genau das... Genau das... Oh, das ging schnell. Genau... Genau das Geller. Um das geht's. Dieses... Ich bin... Also nicht... Irgendwas. Ja, dann sei das, aber... Jo. Das ist so wie dieses... Auch mit Veganern und sowas. Ich hab ja kein Problem damit. Dabei zählt's halt nicht jedem. Dieses klassische wäre... Ähm... Woran erkennst du einen militanten Veganer? Er erzählt's dir. Was man da immer auch Sonderregelungen machen für zwei Leute, finde ich halt irgendwie schwierig. Aber... Jo. Wir werden's nicht mehr ändern. Schau mal mal, was hat denn die gute... Harper... Lloyd... Was sind die für... Harper-Gloid-Flutgesellschaft? Gibt's die überhaupt noch? Ich glaub' niemand. Ähm... Größe. Kann man da was reinschreiben? Nein. Also... 1989... Kleindiebstahl und ordnungswidriges Verhalten. Teilnahme an einer Schlägerei unter Drogeneinfluss. Dann Ladendiebstahl. Belästigung, Vandalismus. Ähm... Ladendiebstahl... Belästigung oder aggressives Verhalten unter Alkohol-Einfluss. Aggressives Verhalten, Belästigung, Vandalismus. Belästigung und Vandalismus. Aggressives Verhalten unter Alkohol-Einfluss. Tod. Ja, das ist ja wie ein normales Leben. Also... Ein ganz normaler Stadionbesuch. Alter, nimm doch diesen... Arschzettel. Ja, danke. Jetzt haben wir das rausgedruckt. Und nun ... Kehren zurück zur Abduktion. Hapagloig. So. Spritze. Und wenn man die jetzt dann ... Herdisch haben, dann wird dann auch Schluss sein. Ein Vogel hat sich in seine Hose gesteckt. Feierlöst, gleich, schlafen gehen scheinbar. Vielen Dank. So, jetzt haben wir mal die Nase ausgepumpt. Untersuchung des Gehirns. Schnibli, schnipp, schnipp. Achso, jetzt müssen wir wieder... Schauen wir mal, was in der Nase drin ist. Es ist der Diatom in dem Zentrum des Gehirns. Diatoms sind ein einzigen-zellet, microscopisches Algae. Oh, der Apertur braucht noch etwas adjustment. Das Bild ist zu schmerz. Das Bild ist zu schmerz. Ich bin endlich zu sehen, dass ich etwas... Nein. Nein. Ich bin endlich zu sehen, dass ich etwas hier sehe. Ja, so mit, oder? Ich habe nur noch ein Armee von Diatoms von dieser Distanz. Great. Ich würde das wäre, wenn ich mit einer großen Konzentrieren von diesen Algae... Ich bin nicht ein Dirty Lenz, ich könnte. Ich bin eher ein Fertifizier. Ich kann mich nicht zufrieden. Ich bin eher ein Fertifizier. 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 so und woran erkenne ich die dinge weiß man wie die ausschauen nein oder weiß keine sau das können noch sperma reste sein so eingetrocknete wie lange muss ich das jetzt machen was ja wo sind wir ja wer weiß vielleicht vielleicht ich meine wir kennen das alle von von kohle sehr gut erklärt mir aus was ich nicht verstehe man kennt das finde ich die kog oder so aus der nase rausläuft also wer weiß einfach so sie verstehen wir sind da ins gehirn reingefahren so deutet darauf hin dass das opfer noch bei bewusstsein war ich bin eh extra careful ich bin eh extra careful eh weil ich keine Zeit habe so rasieren oder irgendwie klappt doch auf diesen die so jetzt brauchen wir fix wieder diese das sind die schräg astschere das ist doch auch so lost in translation oder einfach mal dabei niesen mhm lecker das ganze scheiß dann wieder zurück mhm lecker lecker so spritze wollen wir wieder beim thema wären spritze und jetzt the lungs the lungs and the lungs so hallo spiller und schweine braten ist überschreiter das da oben stehen lasst doch stehen dunkelrot violett und was soll ich jetzt tun ok es ist nicht das remt verschunden achso so schau sie dieser mc rips die es damals gegeben hat ja das mit der astschere wäre dann unter umständen passend aber naja das ist die frage immer so ladyboys oder ist auch irgendwie aber haben wir astschere finde ich halt schon ein bisschen ganz schlecht so finde einen eimer im lager um den test was aller was für ein test und das lager das war nach vorne oder aber wir sind da als rings bildet er sich wieder ein dass da wer reingeht das ist vielleicht wieder eine pille oder so ist schau was gehen da so sowas jesus hau dir halt weniger von diesen dingern rein junge und jetzt was war jetzt mit diesem scheiße eimer rein stöppeln oder für einen ertrinkungstest durch da werde ich wasser brauchen vielleicht muss ich ins bad da steht schon wieder nix so ach gut ja dann dreh ab erzähl's mir nicht mach einfach klop klop bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap aber ein bisschen zwiebel schon dazu ab in den genau du genau das bisschen größte zwiebel dazu ja also wie gesagt ding 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 kontakt sie haben lungen aber sterft lungen rot weiß so wieder mit diesem unhygienischen messer da rum hantieren so boom 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 was ein dreck spielen schlimm ist es interessiert mich nicht einmal was da unten steht ich habe alle leckte hast diesen trick der wer wenigstens lustig glaube so hol es muss reichen perfekt was something not perfect so müssen wir wieder durch diese ganzen dna scheiße da durch was ein bullshit so da ist nichts ich weiß ja nicht danach was ich da ausschalten muss guten tag ich hätte gern ein langweiliges spiel ja bitteschön kaufen sie den autopsie simulator ich glaube den werde ich wieder zurückgeben waren das nicht solche dinge ja ich ja ja